Super. Aber lass es ruhig ein bisschen nach vorne, dann kann ich meine Füße aussprechen. Freier dein Gepäck. Herr Kotz, du kannst den nach vorne tragen. In die Spitze. Aber da ist noch so viel anders. Ja, aber da hast du doch lieber was, was noch so viel unterliegt. Hm. Guck mal, hier ist ein Regen. Dann geh mal her. Dann geh mal her. Dann nehmt doch lieber die Regensachen vorne hin. Dann nehmt doch lieber die Regensachen vorne hin. Hier ist dein Rucksack. Dann gucken wir mal was jetzt drauf. Hast du den Futter dran? Also es kann jetzt noch irgendwas unter... Der kommt unter deinen Sitz hier. Oh, guck mal, Reier. Ja, ja, sagen wir mal. Reier? Was? Eine Kröte. Gut warm? Du kannst dir? Na bin Ceemi? Du kannst dich darauf Playing. Du kannst dich darauf competent.